Christiane Hörbiger ist gestorben, Sie haben es so eben in der ZIP gesehen. Ihre Bühnenrollen und etwa 130 Film und TV-Produktionen haben ihr zahlreiche Ehrungen eingebracht, darunter auch den Deutschen Fernsehpreis für die Julia, eine Fernsehserie, die ihr großen Erfolg gebracht hat. Zuvor hat die Tochter des Schauspieler-Ehepaares Paula Wesseli und Attila Hörbiger am Burgtheater in Nathan der Weise debütiert. Ihre Stationen waren dann Heidelberg, Salzburg, Zürich, wieder Wien. Die große Bekanntheit, die hat es dann in den 80er Jahren mit dem Fernsehen gegeben, mit das Erbe der Guldenburgs zum Beispiel, mit der erwähnten Julia und mit den Filmen Stonk über die gefälschten Hitler-Tagebücher, Tafelspitz, Lamorte zum Beispiel und auch Hunger. Und bei mir ist Peter Schneeberger, der Leiter unserer aktuellen Kultur. Herzlich willkommen. Wir wollen ein bisschen sprechen und versuchen einzuschätzen, was von Christiane Hörbiger bleibt. Erste Frage, ja, was hat sie denn so besonders gemacht als Schauspielerin? Sie haben es jetzt eigentlich schon aufgezählt. Christiane Hörbiger hat ein unglaubliches Spektrum gehabt, eben von Nathan der Weise bis zur Mörderin in Friede Blauensteiner, die es in dem Film die Gottesanbeterin gespielt hat. Das zeigt ihr ganzes Schaffen und sie hat jede Rolle, egal ob es eben eine Landrichterin war wie in Julia oder die Julia von Shakespeare, sie hat das alles glaubwürdig gespielt. Sie hat immer nach Wahrhaftigkeit gesucht und hat das Ganze verbunden mit Witz und mit Charme und Koketterie. Und sie war attraktiv. Es war wirklich ein Gesamtpaket, das es in dieser Form eigentlich kaum noch gibt. Vor allem außer Otto Schenk oder Fritz Muglia würde mir kein Schauspieler aktuell einfallen, der es wirklich geschafft hat, sowohl am Burgtheater absolut der Star zu sein, als auch Straßenfeger zu produzieren im Fernsehen. Sie kommt aus einer Schauspielerfamilie und ist Tochter eines legendären Schauspieler-Ehepaares. Wie erwähnt, war das jetzt eher ein Fluch oder eher ein Segen? Vermutlich, wie in all diesen Fällen, ist es beides gewesen. Sie ist die Tochter von Attila Hörbiger und Paula Wesseli gewesen. Und zu Beginn ihrer Karriere ist sie vor diesen Namen regelrecht geflüchtet. Ihre Karriere hat mit großen Schwierigkeiten begonnen. Sie ist am Burgtheater aufgetreten und wirklich verrissen worden von den berühmten Kritikern Torberg und Weigl. Als sie die Julia gespielt hat in Shakespeare, musste sie in der Zeitung lesen, die untalentierte Tochter von Paula Wesseli spielt die Julia. Sie hat es in einem Interview erzählt. Sie ist im Auto gesessen, musste ranfahren, hat Tränen geweint, ob dieses Drucks. Und hat aber auch gesagt, dass dieser große Druck, der auf ihr gelastet ist, aufgrund dieses großen Namens, eine sehr harte, aber auch gute Schule war. Und sie ist ja dann wirklich geflohen nach Deutschland. Sie haben es gesagt, um dort Karriere zu machen oder ihre Karriere weiterzuführen. Und dann ist sie nach Wien zurückgekommen, war dann im Burgtheater sehr erfolgreich, hat dort alle Rollen gespielt und wurde von den Kritikern auch gefeiert. Und trotzdem ist sie dann nach Zürich gegangen. Und auch der Umgang mit der Familiengeschichte war sicher kein leichter. Attila Hörbiger war ja NSDAP-Mitglied und hat vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg den jedermann gespielt. Die Geschichte der Familie passt also auch zu dieser Geschichte Österreichs, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg schlampig mit der, oder nicht richtig mit der Vergangenheit umgegangen ist. Und auch deshalb ist ihre Biografie eine typisch österreichische Biografie. Eine Frage, die zugegebenermaßen immer schwierig zu beantworten ist, aber trotzdem soll sie gestellt werden. Ja, was bleibt denn von ihr? Von ihr bleiben die sehr vielen Rollen. Von ihr bleibt aber auch, dass sie eine Schauspielerin war, die eigentlich die gesamte Zweite Republik überspannt hat. Sie hat mit ihren bürgerlichen Rollen, wie eben in den Guldenburgs, eigentlich das Wirtschaftswunder verkörpert und das Österreich verkörpert, das im Wirtschaftswunder angekommen war. Und das hat man auch in ihrer Sprache gemerkt, da gab es keinen Slang, da gab es keine Schlampereien, das war ganz artikuliertes, schönes Deutsch. Also sie war die bürgerliche Dame schlechthin und dann hat sie den Bruch vollzogen und hat im Jahr 2001 eben die Witwenmörderin Elfrede Blauensteiner gespielt, den Wahnfall, der verfilmt worden ist. Und plötzlich hat sie Abgründe gezeigt. Sie hat dann auch Rollen gespielt mit Demenz, mit Alkoholismus. Und so hat sie eben auch, sie ist immer ein Kind ihrer Zeit geblieben und das hat sie wirklich zu dieser großen Künstlerin gemacht, die sie ist. Peter Schneeberger, danke schön für diese Einschätzung. Gerne. Ein anderes Thema, meine Damen und Herren.